Herbstfest, Eisenbahnmuseum in Bochum. Der letzte Tag, wo was los ist im Jahr. Und dann schauen wir mal. Da hinten sehen wir schon mal eine 44er. Da hinten sehen wir schon mal. 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 Sollte Untertitelung. BR 2018 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 Jetzt bin ich dann wieder um 13.30 Uhr. Fremdpunkt bei der Kuhn-Gasse. Drehscheibe, 13.30 Minuten für Führung. Der Kuhn-Gasse. Köln So, da wollen wir zu den Lernen gehen. 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 So, da wollen wir zu den Lernen gehen.